Hi Leute, hier bin ich mal wieder, euer Funktital, nach einer etwas größeren Pause, seit meinem letzten Let's Play, bin ich wieder da mit Alex in Danger, dem zweiten Teil davon, und wir spielen jetzt das zweite Level, aus der zweiten Welt, nee, ach Quatsch, ach, zweite Level, zweite Welt, nein, wir spielen die zweite Welt, genau, nicht das zweite Level, ah, bla bla bla, was ich da rede, okay, so, wollte ich sagen, fangen wir gleich an, nicht viel davor rumreden, sondern los geht's, mit dem Levelcode IC, oh, stand so noch drinnen, ich hab's grad schon mal probiert, kurz gehabt, ICI jetzt, Ton ist aus, genau, brauchen wir nicht, World 2, ICI jetzt, die eisigen Höhen, ein eisiges Level, wie sich jetzt, denke ich mal, anlässt schon, und ihr seht's auch grad hier, und seitdem ich jetzt, äh, Firefox hab, und nicht mehr Internet Explorer, läuft das einiges besser, das Alex in Danger Game, ähm, früher hat es immer total, also nicht gelaggt, wirklich, aber, ähm, das war immer sehr verzögert, und ist ein bisschen leicht hängengeblieben, was, hatte ich, hatte ich jetzt gesagt, ich Internet Explorer hatte, ja, ne, ne, ich will es nicht, ist so, egal, jedenfalls, das sag ich's halt nochmal, ich hab Internet Explorer 9.0 gehabt, und, jetzt endlich mal nach Firefox zugelegt, hatte das schon immer drauf, halt nicht genommen, ich konnte mich daran nicht so gewöhnen, ja, naja, egal, lacht mich ruhig dafür aus, und jetzt hab ich dann aber das doch gemacht, und, ja, ist echt nice hier an Firefox, und wie gesagt, man sieht, Alex in Danger geht um einiges besser, und da freu ich mich natürlich auch, weil es war echt frustrierend, immer, immer gefailt, bei den ganzen Level, also immer in der zweiten Welt, immer so oft gefailt, weil hier viel mit den Stacheln und das rutschige Eis gibt, und das ist halt noch schwerer dann, als in der Welt 1 gewesen, und ist es halt auch, und es ist, ähm, 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 was wollte ich sagen, ach ja, dieser Fehler, der mir, oder Bug, oder keine Ahnung, was es immer war, was ich damals schon erzählt hab, also im ersten Teil, ähm, der passiert jetzt auch gerade nicht mehr, wie ich sehe, ich hab's gerade nämlich schon mal aufgenommen gehabt, und bin, äh, naja, ich sag mal nix dazu, ich bin etwas sehr schlecht gewesen, und hab das gerade gelöscht, aber nochmal jetzt, mach ich's jetzt gerade nochmal, denn, ich will euch nicht so ein grottenschlechtes Let's Play anbieten, Let's Play Video, ich hab's zweimal versucht, nämlich, also, zweimal hintereinander auf, also, aufgenommen, und hab zweimal hintereinander gleich gemacht, und, ja, im fünften Level, ach, ich wollte's gerade einsammeln, aber egal, gut, äh, ist jetzt das, äh, ba-ba-ba-bam, das ist jetzt schon das Viertel, ne, boah, durch das Reden bin ich jetzt, nee, ist das Viertel, das Level schon, durch das Quatschen bin ich jetzt total durcheinander gekommen, na gut, das ist beim Let's Play nun mal so, dass man dazu redet, aber naja, wir werden's lesen, ja, ja, ich glaub, das ist das, das ist das Viertel, ich glaube, ja, genau, den Schuss da in der Mitte, den holen wir uns noch, die Nachladung unserer tollen Waffe, die wir da in den Händen halten, besser gesagt, Alex hält die, hält die schöne Waffe in den Händen, mit der wir ja Schneemänner oder diese Möwen oder Vögelfiehzeug, halt, ich weiß nicht, was es sein soll, besiegen können, ja, alle vier leben noch, alle vier leben noch, hä, fällt mir jetzt gerade erst auf, ist ja cool, wir sind gerade immer zu einer ungünstigen Zeit oben mit der Wolke, deshalb müsste ich jetzt mal auf die aufspringen, dann sind wir nämlich immer gerade, wenn, genau zwischen den Seilbahnen gewesen, wenn so eine Gondel da gerade, naja, Gondel ist ja nicht gerade eher ein Baumstamm, aber halt so eine Seilbahn, nein, wow, knapp, knapp, sehr knapp, ja, jetzt gerade wieder, doch, wir kommen drauf, sehr gut, ja, heute bei diesem heißen Wetter draußen, ich denke, ihr merkt es auch, heute ist der 26.8., nochmal so zur Info, dass ihr, wenn ich jetzt sage, heute, also, es könnte sein, dass ihr, wenn ihr es euch gerade anguckt, ist jetzt schon der, keine Ahnung, 3. September oder so, oder der 17. Februar 2012, oder der 15. März 2012, also, ich rede gerade ein bisschen Schwachsinn, und wir sind, ich merke, wir sind im fünften Level, ja, da war das gerade doch schon das Verte, wir sind rasend schnell durch die Level gekommen, diesmal, oh, das sollte nicht sein, wir haben noch 3 Leben, das ist sehr gut, letztes Mal, wo ich, also, vor uns, wo ich hier war, hatte ich nur noch ein Leben, und das macht sich dann schon bemerkbar, oh, 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 ich bin nice, oh, 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 wartet, 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 müsst ihr eigentlich hier, yes, und jetzt hier noch, und dann macht das viel weg, warte, gerne, ja, das ist doch schön, das ist doch einfach schön, das schaffen wir, Leute, 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 da, 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 ah, ja, das wird schwer, das wird schwer hier, das wird schwer, aber es ist locker zu schaffen, wir sind gleich da, keine Panik, nicht in Panik geraden, Funktitan, ja, wir sind da, wir sind da, wir haben das, die zweite Welt geschafft, Woot, wir kommen hier angeschlittert, und rein, World completed, sogar Time Bonus, ne, Time Bonus haben wir nicht mehr gehabt, aber egal, Leute, wir sind jetzt zur dritten Welt, ich bin endlich glücklich, ich bin echt glücklich, echt glücklich, dass ich das endlich mal hier geschafft habe, mit dem, ähm, ja, die zweite Welt, die hat mich nämlich echt angekotzt, um, auf gut, auf gut Deutsch, ähm, ja, hier sehen wir gerade so eine coole Szene, die es nicht bringt, ooooh, das ist ja hart, ja, future subjunkies, ooooh, das ist der Alex, anscheinend, kleines Kitty, wie ein achtjähriger Noob, und rennt mit so einer Waffe da, in so einen solchen Welten rum, To Be Continued. Ich weiß immer nicht, was Continued heißt, ich vergesse es immer wieder, ja, das heißt irgendwie, dass es weitergeht oder so, keine Ahnung, ich bin eigentlich recht gut, aber, naja, ist auch wurscht, ich komme hier gerade vom Thema ab, und wir wollen jetzt endlich, diesen zweiten Teil beenden, also dann, bis zum nächsten Mal, das war es wirklich jetzt von mir, ciao, nee, das war es nicht wirklich von mir, wir sehen uns bald wieder, zum dritten Teil. Bis zum nächsten Mal.